Bayer Leverkusen ist relativ problemlos dank einem 4-0 Heimsieg über die Fortuna aus Düsseldorf ins DFB-Pokalfinale eingezogen. Dabei gab es dennoch den ein oder anderen taktischen Kniff, den ich relativ interessant fand und in diesem Video kurz vorstelle. Der Matchplan beider Teams war eigentlich relativ klar. Gut, Leverkusen will das Spiel dominieren, so wie gegen jeden Gegner, egal ob aus der 8. Liga oder gegen den FC Bayern. Während sich Düsseldorf ganz klar angepasst hat, normalerweise spielt man ja immer 4er-Kette, spielt auch ein relativ hohes Pressing und ist selbst meist die überlegene Mannschaft. Heute, wie man in dem Bild sieht, ist zwar jetzt die zweite Halbzeit, aber war auch in der ersten Halbzeit schon zu Beginn die gleiche Herangehensweise. Ein 5-4-1, zunächst im Mittelfeldpressing, also vorne ist man eigentlich kaum draufgegangen, dann stand man meistens im Mittelfeldpressing und je nachdem wurde man dann halt meistens noch weiter hinten reingedrückt. Leverkusen hingegen in der ersten Phase in einem 4-2-Aufbau, Grimaldo links als Außenverteidiger, rechts Danischic, wodurch dann Frimpong rechts hochschieben konnte. Links hat Adli zunächst im Aufbau die Breite gehalten und Düsseldorf wollte es Mann gegen Mann verteidigen, was aber komplett nach hinten losgegangen ist. Das kannst du gegen Leverkusen halt kaum bringen. Die spielen so fluide, so flüssig, dass man da kaum mithalten kann. So viele Rotationen, das ist extrem schwierig, die zu verteidigen. Und sie haben es auch gut gemacht im Ballbesitz, nämlich aus dem 4er-Aufbau heraus ist man dann übergegangen in einen 3er-Aufbau. Normalerweise bilden sie den ja mit den drei Innenverteidigern, mit Danischic dann auf der rechten Seite. Allerdings hat man es heute zu Beginn oft so gemacht, dass der ballnahe 6er abgekippt ist in einen 3-1-Aufbau. Also zwei Innenverteidiger, außen davon auf der ballnahen Seite der zweite 6er und davor dann der andere 6er allein. In dem Fall sehen wir es auch ganz klar, Andrich abgekippt links in den 3er-Aufbau und Xhaka davor. Was hat das gebracht? Dadurch konnten dann die Außenverteidiger im 4er-Aufbau, also links, wie in dem Fall Grimaldo, in den Halbraum nach vorne schieben. Und so waren die da meistens relativ frei gegen das 5-4-1 von Düsseldorf, das wir auch hier wieder gegen den Ball sehen. In dem Fall spielt Andrich den Ball auf Grimaldo, der ist im Halbraum frei, kann auf die Abwehrkette zudribbeln. Bringt auch eine gefährliche Flanke, war glaube ich die erste Chance im Spiel, die Ioha dann gerade noch so entschärfen kann. Dass das der klare Plan war, so Grimaldo besser ins Spiel zu bekommen, sieht man auch hier nach dem 1-0. Alonso holt ihn direkt zu sich, gibt ihm Anweisungen, wie er sich da am besten verhalten kann. Aber man hat es natürlich auch auf der anderen Seite genauso gemacht, wie ich schon gesagt habe. In dem Fall kippt auch wieder Andrich ab, aber das war teilweise auch Xhaka, der abgekippt ist. Je nachdem, wer halt da gerade auf der Seite war. Somit kann wieder gelb markiert Stanisic auf der rechten Seite in den Halbraum schieben. Ganz in der Breite sieht man jetzt nicht, aber da ist Frimpong. Und gerade hier sieht man, dass bei Düsseldorf einige Spieler gefühlt zu gierig waren für den 5-4-1 tiefen Abwehrblock. Denn ja, man hat es auch gewissermaßen Mann gegen Mann verteidigen wollen, aber das ist halt extrem schwierig, wenn die sich so flüssig bewegen. Zudem liegt es glaube ich auch so ein bisschen in der DNA von Düsseldorf, dass sie eher das Pressing gewohnt sind aus den Spielen in der 2. Liga und gar nicht mal wirklich tief verteidigen können. Weil man muss ja auch sagen, ja sie haben die beste Offensive der Liga, aber defensiv sind sie schon oft wackelig und haben oft einige Gegentore kassiert, wo die Abwehr nicht wirklich sattelfest war. Und das war auch heute wieder der Fall. In dem Fall rückt Oberdorf aus der Abwehrkette heraus, ich weiß nicht warum. Zolles schiebt dann auf Andrich drauf, was an sich Sinn macht, da Druck auszuüben, aber die sind dann halt in einer 2 gegen 4 Unterzahl. Und Leverkusen kann es dann problemlos ausspielen und dann hast du halt hinten Lücken. Und genau so kommt Leverkusen dann auch zum 1 zu 0, nämlich aus dem Spiel heraus, schön herausgespielt. Aber man hat dann auch auf andere Art und Weise getroffen, nämlich das 2 zu 0 sehen wir hier der Entstehung. Da hatte Düsseldorf zunächst mal hohen Ballbesitz, aber den Ball dann verloren. Und dann gehen sie hier, wie wir sehen können, mit 8 Spieler ins Pressing am gegnerischen 16er. Und dass das ins Auge gehen kann, haben sie dann spätestens nach dem Gegentreffer in dieser Situation gemerkt. Tabso Bar spielt hier Wirtz auf, der dreht auf und nächstes Bild sehen wir hier. Leverkusen läuft mit 4 Mann auf 2 Düsseldorf-Verteidiger zu. Wirtz spielt dann links raus auf Adli, der das 2 zu 0 erzielt. Aber man kann jetzt nicht sagen, okay das passiert halt mal, weil das war nicht das erste Mal. Nämlich schon hier in der 14. Minute wieder 4 Leverkusener laufen auf 2 Düsseldorfer zu. Und wenn Frimpong da durch ist, dann ist es halt eine Riesengefahr. In dem Fall ist nichts draus resultiert, aber das war viel zu oft der Fall. Aber die Entstehung der Tore zeigt noch einmal, wie komplett die Leverkusener Mannschaft ist. Die beherrschen wirklich jegliche Phasen des Spiels. Das 1 zu 0 war aus dem eigenen Positionsspiel herausgespielt. Das 2 zu 0 war aus einem Konter resultieren, nachdem man es zunächst relativ tief in der eigenen Hälfte verteidigt hat. Und das 3 zu 0 war dann ein Ballgewinn bei hohem Pressing, wo Carsten Maier den Fehlpass spielt. Und man es dann schnell, aber gut ausspielt und Wirtz das 3 zu 0 erzielt. Auf Düsseldorfer Seite hat Thun dann direkt nach dem 3 zu 0 umgestellt auf die typische Viererkette, wie man es eigentlich auch gewohnt ist und immer in der zweiten Liga spielt. Allerdings hat es auch nicht so wirklich funktioniert. Zur Halbzeit gibt es einen Doppelwechsel und man spielt wieder mit dem 5-4-1, mit dem man ja auch begonnen hatte. Ja gut, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Leverkusen spielt es dann halt auch gut runter, hat noch die ein oder andere Chance. Düsseldorf war auch immer mal wieder im Ansatz gefährlich, aber letztendlich war es halt einfach zu wenig. Und da muss man sich auch nicht schämen, gegen diese Mannschaft zu verlieren. Ich meine, das haben fast alle diese Saison. Von dem her, mal schauen, was das Finale mit sich bringt. Vielleicht wird es mal knapper, aber im Ausgang wird es wahrscheinlich am Ende wieder Leverkusen machen. Aber schreibt mir gerne schon mal eure Tipps für das Finale in die Kommentare. Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Kaiserslautern. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.